Videospiele sind allgegenwärtig. Gerade die älteren Spieler haben nicht nur Spuren hinterlassen, sondern große Eindrücke. Sie sind also unvergesslich. Das sind heute daher die Games, die wirklich alt geworden sind, aber immer noch übelst gefeiert werden. Die Nacht liegt über der Stadt, die Motoren heulen, der Asphalt glüht. In Need for Speed Underground verdiente sich der Spieler in ultimativen Straßenrennen den Respekt. Selbstverständlicher ganz am Rande der Legalität. Aus 20 lizenzierten Topmodellen von Marken wie Toyota, Mitsubishi oder Mazda, wählt ihr euren Wagen und baut ihn Stück für Stück aus. Wer genug ist und alles riskiert, sammelt das Geld für neue Speed-Updates. Need for Speed ist und bleibt ein Unikat. Das Game Metroid war schon zu seiner Zeit im Jahre 1994 sehr beliebt in den Gaming Charts. Der Spieler kontrolliert Samos aus seiner Seitenansicht und ist voller Action und Gefahren. In Gamen müsst ihr euch auf jeden Fall über Schlauchwege finden, einige Jumps hinter euch und legen und und und. Dann gibt es auch einige Gegner, die euch das Handwerk legen wollen. Natürlich war dies nicht das einzige, was ihr machen konntet. Generell hat das ganze Schießen und Springen richtig viel Spaß gemacht und Spieler haben sich hier wirklich sehr herausgefordert gefühlt. Message from General Pepper. Priority one. Als damals Star Fox 64 auf der N64 erschienen ist, sind übelst viele ausgeflippt. Ihr konntet regelrecht fliegen und euren Feinde niederballern. Das Game ist im Jahre 1997 erschienen und hieß damals sogar Lilat Wars. Ein ziemlich schöner Name aber leider wurde der Name auch noch geändert zu Star Fox 64. Das Spielprinzip war für dieses Spiel eigentlich klar. Ihr habt entweder ein Kampfflugzeug, ein Panzer oder ein Unterseeboot. Noch heute wünschen sich viele Spieler dieses Game wieder. F-Zero X, erschienen im Jahre 1998, ist der spannungsgeladenste Nachfolger des Klassikers für das Super Nintendo. Es ist eines der schnellsten Rennenspiele, das du je gesehen hast. Wenn du einer von denen warst, dem schon beim Spielen des Originals F-Zero immer schlecht wurde, dann warte mal, bis du F-Zero X spielst. Ein Grund für das überwältigende Geschwindigkeitsgefühl von F-Zero X ist die durchgehend hohe Bildwiederholungsrate. Selbst wenn sich 30 Hover-Autos um die Poleposition bekriegen, gibt es nicht das kleinste Ruckeln. Es ist einfach unglaublich, wie schnell dieses Spiel eigentlich verläuft. Und noch cooler war es zu der Zeit, ständig diese Musik zu hören, die einfach nur bahnbrechend war und auch noch sehr ungewöhnlich. Die Fortsetzung von Diablo war zu seiner Zeit für Blizzard der absolute Brecher in der Videospielindustrie. Erschienen ist das Spiel im Jahre 2000 und wird heute sogar noch ziemlich viel gespielt. Wer ihr wirklich seid, ihr könnt eure Charaktere ganz beliebig wählen. Im Laufe des Spiels habt ihr dann die Möglichkeit, euren Charakter so zu gestalten, wie ihr wollt. Es ist also kein Wunder, dass es im Nachhinein sogar so weit ging, dass es Speedruns in diesem Spiel gab und die Leute haben dieses Oldie-Game übelst, übelst, übelst gefeiert. In den 1990ern hat Street Fighter 2 einen Standard für Videospiele gesetzt und so das Generee der Kampfspiele revolutioniert. Street Fighter 2, Turbo, Hyper Fighting gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten und ist der dritte und letzte Ableger der originalen Street Fighter 2-Reihe. mit den acht ursprünglichen Kämpfern wie zum Beispiel Ryu, Chun-Li und Geil und den spielbaren Entgegnern Balrog, Vega, Zagat und M. Bison, falls ihr die noch alle kennt, ist dieses Spiel auf jeden Fall ziemlich gut erweitert. Das Gameplay und eine verbesserte Ausgewogenheit haben dann auch noch dieses Spiel sehr, sehr geprägt. Auch wenn es viele bereits kennen und nichts Spektakuläres ist, ist Super Mario auf der Nintendo damals ein richtiges Highlight gewesen. Es kennt quasi fast jeder. Nintendo mit dem Hype hat natürlich auch noch gar nicht damit so viel gerechnet. Seit mehr als 25 Jahren erobert die Super Mario Serie die Hitlisten und gewinnt die Herzen der Fans weltweit. Ihr könnt im Spiel also richtig viel Spaß haben. Renne und springe mit Mario durch Höhlen und Festungen über Plattformen und natürlich auch noch in Röhren hinein. Und stelle dich dann schließlich Bowser um die geliebte Prinzessin Peach zu retten. Es mag vielleicht mehr als ein viertel Jahrhundert alt sein, aber Super Mario verzaubert heute noch wie früher. Nicht lange ist es her und da kam mir schon das Spiel Super Mario Kart 64 auf dem Markt und es war sehr, sehr erstaunlich, wie viele Spieler sich von diesem Game auf der N64 verführen lassen haben. Gerade die Rennen sind übelst aufregend gewesen. Es war also nicht nur witzig, die ganzen unterschiedlichen Charaktere irgendwie zu spielen wie Donkey Kong, Bowser, Tort, Peach, Luigi und 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 und, sondern auch noch, dass das Spiel dreidimensional und sehr abwechslungsreich für das Jahr 1997 gewesen ist. Das war nämlich natürlich zu der Zeit nicht jedes Spiel. Das puzzleartige Computerspiel des russischen Programmierers Alexei Pachnov, der Tetris 1984 fertigstellte, war nicht nur weltweit bekannt, sondern hat Spieler in jeder Hinsicht herausgefordert. Dass es so ein Hype werden würde, hat niemand gerechnet. Viel gibt es zu diesem Spiel deshalb auch nicht zu sagen, da es ja selbsterklärend ist. Der Klassiker wurde inzwischen über 100 Millionen Mal verkauft und gehört definitiv zu den sogenannten Goldies. Und das waren die Oldie Games, die in unserer Liste waren. Welche sind für euch Old but Gold? Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin. 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 Vielen Dank.